Oh je, der DAX zeigt es ja noch tiefer an. Heute ein ganz roter Tag. Nein, gar nicht mal so rot und zwar ein bisschen hoffnungsschwanger kann man durchaus sein. Wir können mal hier auf den Kerzenschart wechseln. Vorsichtig, noch ist der Tag nicht rum. Wir haben noch circa zwei Stunden heute durchzustehen, aber wir sehen, dass wir uns von den Tiefs, die wir zwischenzeitlich hatten, hier beim DAX Index schon im Bereich der 11.860er Marke, dass wir uns von den Tiefs wieder haben, etwas lösen können. Und das ist vielleicht eine ganz gute Nachricht, denn das gibt uns ein vielleicht Kerzenmuster, was viele als einen Hammer identifizieren. Und ein Hammer ist häufig ein Wendezeichen. Vorsichtig, seid bitte nicht vorauseilend. Diese Kerze ist noch nicht rum. Es kann sein, auch wenn das vielleicht nicht super realistisch ist, dass diese Kerze heute Abend tot, tot sei schon hochgradig, rot aussieht hier. Und das Ganze ein echtes bärisches Signal ist. Wartet also ab, bis das Ding fertig ist. Also im Großen haben wir eine gewisse Chance, dass das hier zumindest mal so ein bisschen nach einer Wende aussieht. Schub runter oder starke Bewegungen runter und dann hier hüstelnderweise wieder ein bisschen nach oben. Ist nicht ganz ausgeschlossen, zumal wir ja noch so halbwegs hier so die Trendlinien haben. Aber ich will das große Bild mit euch klassischerweise im Index-Update am Nachmittag ja nicht überstrapazieren. Ich will ja eher auf das kürzere Bild gehen. Und wenn wir mal den DAX Future angucken, sehen wir zumindest mal, dass wir hier auf dem Weg nach oben sind. Das ist auch schon relativ schnell passiert. Also eine zügige Bewegung. Was es allerdings hier mit auf sich hat, ist tatsächlich noch ein bisschen fraglich. Also vielleicht tatsächlich beim DAX aktuell noch mal ein bisschen warten, ob sich das Bild bestätigt. Also dieser Umkehrsignalgeber hier aus den Kerzen, dass sich das noch bestätigt. Am Ende des Tages, wie gesagt, das wäre natürlich ein ganz gutes Zeichen, wenn sich das da eben ergibt, dass wir vorläufig zumindest mal nach oben gehen können. Also ihr seht schon, eine gewisse Chance ist da, aber nichts ohne Amerika. Wie sieht es denn dort aus? Wie haben wir denn hier die Bewegung? Und ihr seht, da habe ich schon so ein bisschen Geschmiere mal drin. Das können wir theoretisch wieder rausnehmen. Und ich gehe mal mit euch im Fünf-Minuten-Chart auch, weil ich weiß natürlich, dass ihr ja häufig ganz kurzzeitig Intraday auch unterwegs sein wollt. Und hier seht ihr noch mal, wie sowas gerne aussieht. Eine starke Bewegung in diese Richtung und eine dreiwellige Bewegung in diese. Und sehr gerne dieses, was wir hier vorne haben, da hinten noch mal. Knapp, vielleicht zu kurz. Ich habe es jetzt ein bisschen geschönt, aber den Tenor dieser Geschichte sehen wir. Was wir allerdings auch sehen ist, wir hatten hier eine Gegenbewegung. Wir haben hier eine Gegenbewegung. Der ist niedriger als der. Es ist also schon wieder im Ansatz zu sehen, das ist ein Aufbegehren. So richtig toll sieht das nicht aus, denn wenn es richtig toll aussieht, dann sollte das idealerweise, jetzt kommen wir das mal daneben, sollte das idealerweise so aussehen, dass wir hier irgendwie sowas haben. Und anschließend natürlich eine Aufwärtsbewegung. Und diese Aufwärtsbewegung, dass die irgendwie so aussieht und wackelig runterkommt und dann eben nicht hier eine Überschneidung mitbringt. Wir haben quasi das gleiche Muster, nur so mit Überschneidung. Dieses Tief hier liegt niedriger als das. Ihr seht das, dieses liegt niedriger als das. Und das ist ein Zeichen, die Kraft ist noch nicht da. Na gut, wollen wir mal hoffen, dass es sich noch bessert im Laufe der Zeit. Auch diese Bewegung abwärts gibt ja zumindest mal eine Chance, dass das nicht so die starke Bewegung nach unten ist. Also ich halte Aufwärts für nicht ausgeschlossen. Aber es ist schon mit kleinen Fehlern, es ist schon mit kleinen Makeln. Also hier massiv auf die Longseite zu wechseln, ist nicht mein Ding. Aktuell mit diesen Kursüberschneidungen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Gucken wir mal, was der S&P macht dagegen. Gehen wir auch hier mal auf den 5-Minuten-Chart. Ihr seht, auch hier haben wir die Möglichkeit für den Dreh. Vorsichtig, denkt dran, der S&P, der läuft noch viele Stunden. Der DAX, der kann man sagen, ja gut, der schafft es vielleicht heute Abend noch in den Hammer, also in diese Umkehrformation. Hier habt ihr zum Beispiel auch eine solche Figur. So sieht das Ganze in etwa aus. Wenn das also in der Abwärtsbewegung, das ist zwar eine kurze Abwärtsbewegung, aber in der Abwärtsbewegung hier eben passiert und dann auch so was, ist das gerne ein Zeichen für einen Dreh. Vorsichtig, nicht glauben, dass es ein langer Dreh sein muss. Ein Dreh kann auch nur für zwei, drei, vier Tage sein. Aber im Moment wäre man ja über jede Bewegung nach oben nicht undankbar, denke ich mal. Also insofern mitnehmen. Vorsichtig allerdings, diese Kerze braucht noch ganz schön lang, denn der Tag ist in Amerika ja gerade erst losgegangen. Also der Future wird noch viele, viele, viele Stunden gehen. Ob das nachher so aussieht oder ganz anders, das werden wir dann wohl noch sehen. Behaltet es im Auge. Wenn ihr am Tagesende oder morgen früh seht, dass das eine schöne Umkehrkerze ist, habt ihr ein weiteres Indiz, dass die Marktteilnehmer vielleicht doch mal eher auf die Lungenseite da schielen. Ansonsten, das gilt hier oder für den Fall gilt das Gleiche. Dieser Aufwärts, Abwärts, Aufwärts, Abwärts, der ist niedriger als der. Kein so richtig schönes Zeichen. Zeigt, dass der Markt noch fragil ist in der Aufwärtsbewegung. Also wer jetzt massiv loslegen will, seid vorsichtig. Vielleicht so ein bisschen noch eine Chance, solange diese kleiner ist als die vorherige. Nein, ist sie nicht. Also sind wir gleich groß. Worauf ich hinaus wollte ist, es gibt manchmal den Fall, dass es Kursüberschneidungen gibt. Dann sieht das so aus. Und dann seht ihr, dieser Rücksetzer ist auch überschneidend, aber ihr seht, der ist viel kleiner als der. Das könnte eine interne Wellenzählung sein. Ja, das ist häufig so, dass es auf verschiedenen Wellen gerade, das große Bild, das kleinere Bild, dass es sowas eben entsprechend gibt. Dann ist es noch okay. Ja, aber die Ausrede gilt hier nicht. Denn wenn ich mal messe, wie weit war dieser Rücksetzer hier in der Bewegung, im Bewegungsausmaß und das vergleiche mit dem, naja, das ist jetzt kein so großer Unterschied, dass man sagen muss, ja, das ist bestimmt eine interne Geschichte. Möglich ist es noch. Aber das klingt schon so ein bisschen nach dem Strohhalm, nach dem man greift. Also insofern, so richtig überzeugt mich das noch nicht. Short-Seite vielleicht sogar? Ja, Short-Seite wäre ja ein Klassiker, wenn das dreiwellig ist. Wann ist das dreiwellig? Spätestens, wenn wir hier durchgehen. Also 3630 hier. Achtet drauf, welcher Kontrakt. Das ist jetzt hier der Frontmonat des Futures. Viele handeln ja irgendwelche Derivate da auf den Future noch. Da müsste die Preise abgleichen. Aber das sind die heutigen Mittagshochs, Tiefs, Entschuldigung, und die Tiefs. Wenn er da nach unten durchstößt, wäre das sicherlich auch nochmal ein Zeichen für die Short-Seite. Mindestens, dass wir dann nochmal hier unten die Tiefs von heute durchstoßen, wenn nicht sogar noch mehr. Beim Nasdaq sieht es, sagen wir mal, ähnlich interessant aus. Der Nasdaq hat noch nicht dieses Tiefdurchstoßen aus dem Sommer. Das steht ihm vielleicht noch bevor. Und ihr seht, auch hier sind wir doch eher wieder überschneiden nach oben. Ich hatte vorhin schon so ein bisschen die Hoffnung, dass ich gesagt habe, heute frohe Kunde. Der Markt hat eine echte realistische Chance, wenn er nämlich jetzt sowas macht. Geil! Nächste Korrektur abwarten und dann alles auf die Longkarte. Bitte nicht alles auf die Longkarte, aber zumindest mal die Longkarte spielen. Ja, aber hat er schon gesagt, nee, Rüdiger, nicht mit uns. Wir gehen da nochmal runter. Und schon sieht das wieder nach dem typischen gequirlten Quark, sagen wir es mal so aus, den wir schon mehrmals hatten mit doch nur irgendwie hoch wackeln und wieder diese ganzen Kursüberschneidungen. Also, so richtig begeistert ist der Markt offensichtlich noch nicht. Wer jetzt schon wirklich ganz früh rein will, der geht da ein ganz hohes Risiko ein. Aus meiner Sicht zumindest mal. Deshalb mein Tipp, wartet vielleicht sogar nochmal auf ein neues Tief, dass der Markt von diesem Tief ausgehend danach einen richtigen Anstieg macht und uns dann Einstiege hier besorgt für die Longseite. Oder wartet, bis der Kurs sich jetzt doch noch mit Stärke zeigt und anschließend nach unten geht. Dann kann man sagen, ja gut, das war doof. Statistisch nicht so häufig hier. Aber bietet mir dann die Möglichkeiten. Jetzt Schnellschuss, finde ich nicht attraktiv, aber macht, wie ihr natürlich denkt. So, in diesem Sinne, das waren die Indizes. Am Nachmittag euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Wir bleiben in Kontakt. Bis dann. Ciao, ciao.